Okay, Server scheint ein bisschen laggy zu sein. Aber gut, bei 100 Spielen... Wow, 100 ist das schon echt viel. So, jetzt habe ich wieder mein Problem mit der Waffe, dass ich die am Anfang nicht benutzen kann. Ich muss immer erst ins Inventar. Ist das irgendwie eine bewusste Funktion, die man mit einer bestimmten Taste auslösen kann? Vielleicht könnt ihr mir das mal kommentieren, ich habe nämlich keine Ahnung. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal Turm 2 anschauen. Mal gucken, ob da was geboten ist da oben. Türen sind auf jeden Fall offen. Das kann ich schon wieder nicht anwählen. Das ist wirklich sehr seltsam. Verstehe nicht? Ich glaube, hier wird auf mich geschossen. Da hinten war noch einer. Oh, scheiße. Ja, hier wird ein Scharfschützengewehr gut gewesen. Mist. Vielleicht scheint Turm 2 eher unbeliebt zu sein. Hier so nix langes. Damals weiß ich überhaupt nix. Turm 5 wird hart umkämpft, denke ich. So wie es aussieht. Ich werde mich mal versuchen hier zu den Kollegen durchzuschlagen. vielleicht zu Alex oder... Oh. Joe sieht etwas schlechter aus. Jetzt kann man reviven. Und runter. Oh. Tote. Kann ich da durch? Nein. Oh, die Helis machen mir echt ein bisschen Angst. Der hier zum Beispiel. Aber ich glaube, der hat anderes im Sinn. So. Gehen wir hier ein bisschen nach links. Oh, oh, oh. Oh, da steht jemand. Jetzt steht er nicht mehr da. Oh, shit, Mann. Ganz schön blick gehabt. Ganz schön blick gehabt. Oh, shit, Mann. Jungs. Der Typ ist raus. Okay. Gehen wir hier hoch. Oh, das ist sehr nah. Okay. Okay, hat ihn. Jetzt ist es ja unheimlich still hier. Gefällt mir nicht. Geht er jetzt zu mir? Oh, da kommen sie runter. Na gut, dann geht es jetzt hier mal rund, denke ich. Ich werde nicht mehr lange dauern, bis ich hier auf den ersten Fall in Kontakt treffe. Genau, hier wird schon kräftiger. Da vorne ist einer von mir. Oh, die landen jetzt aber ganz schön zahlenmäßig überlegen. Jetzt wird es aber eng. Sehr konzentriert hier. Oh, da ist einer. Vielleicht reicht die Granate noch. Ja, hier ist einer von mir, der könnte mich eigentlich reviven. Ich glaube, die Granate ist nicht mehr geflogen. Oder zwischen Baum und Haus. Oh, bloß nicht aufs Dach. Ja, scheiße. Relativ offen. Vielleicht, glaube ich, auch schon beschossen. Lauf, 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 lauf. Fuck, Mann. Okay, erstmal rein. Erstmal rein. Erstmal behandeln. Und hoffen, dass jetzt keiner nachkommt. Okay. Schaut, wie es auf dem Turm hier oben aussieht. Ah, ich weiß nicht. Soll ich das kieren? Habe ich schon ganz schön auf die Frise bekommen. Aber vielleicht sind sie ein bisschen abgelenkt. Wie mein Kollege hier im Auto. Und außerdem wird er gerade gestürmt. Da schließe ich mich doch gleich mal an. Jetzt erst Gas geben. Oh, hier habe ich schon geschossen. Okay. Jetzt wird's gefährlich. Oh, die gehören zu uns. Nachladen. Ich kann schon nicht mehr sprinten. Ist natürlich jetzt eher schlecht. Oh, hier landen. Die ganzen Gegner. Ach, die Scheiß-Tür. Verdammt. Die Tür zu, bitte. Okay. Wow, jetzt ist es aber ganz schön laggy. Lassen wir da auffrischen. mal raus kommen. Ja zu uns, okay. Der Turmscheid in unser Hand zu sein. Okay. der Turm scheint aber auch bekämpft zu werden gerade das kann nicht wahr sein wie kann er das überleben der ging ins gesicht dampf noch mal ich hoffe mal wie sieht es denn hier aus ja von unten sind noch ein paar von uns das heißt von unten kommt erstmal nicht viel oh jetzt sehe ich aber nichts mehr das macht mir jetzt ein bisschen Angst ich schalte mal auf Dauerfeuer um das ist im Nahkampf vielleicht nicht so verkehrt ich bin jetzt nicht allein Tutti ist noch da irgendwo aber ich glaube der ist ja da unten und da unten kommt schon wieder jemand und irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal jemand schaffen auf dem Turm sogar kommt dann oben genau da ist er schon und backt hier durch die Gegend ich würde mal sagen so richtig schön in die Mitte wenn man so richtig schön von allen Seiten geschossen werden kann und schon wieder dieses komische Ding mit der Waffe das ist nicht hier das ist nicht hier jetzt können wir Pauls versuchen zu retten ich glaube ich versuch's ich glaube ich versuch's das ist nicht hier jetzt geht es los hier da kommen noch mal welche scheiße wo seid ihr da ist einer erwischt da läuft glaube ich einer da vorne ja wo ist er denn jetzt hin oh er ist tot ich sollte mal nachladen fuck ok das wars dump nochmal na gut ich würde sagen ich mache mal wieder einen cut vielen dank fürs zuschauen hoffe es hat spaß gemacht bis zum nächsten mal euer rale ok ok ok